Es ist so glücklich! Wir machen uns mit Manon auf die letzten zwei Sessions. Mal gucken, was da rauskommt. Alright, let's get it! Und, meine Fresse, wir haben es einfach nicht leicht. Da wollen wir mal schauen. Wir wollen eigentlich Gold werden mit Manon, aber ich glaube, da muss ich noch viel mehr Nerv und Zeit investieren. Weil solche Gegner wie Luke, Ken und Geil sind es schwierig bei Eiling, wenn sie abhauen. Ich meine, ich konnte da die Kombo machen hier, aber... Und, wie immer, zum Start ein Ken Masters. Ich meine, das ist der am meistgespieltesten Charakter in diesem Spiel. Ich nehme es auch nicht übel, Ken ist auch wirklich gut gemacht hier in diesem Game. Aber... Für meinen Match-up als Manon ist das... Terrible, wenn man sagen würde. So. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ich bin wahrscheinlich nicht ein Stück auf den Mark-up. Ich bin wahrscheinlich nicht ein bisschen ein paar Worte. Um wir haben hier noch ein paar Worte zu finden, gehts um, unser Worte. Das ist eine Worte. Ich bin glaube ich, das ist ein bisschen eine Worte. Lv 1 Dach, für mich. Lv 1 Lv 1 Das ist gut. Schuss. Okay. Silber 5. Komm schon. Gleich abgefangen. Okay. Wegen den Cain kann ich mich hier irgendwie behaupten. Ah nix. War fast keine Combo mehr aber ja. Okay. Silber 5. Let's fucking go. Komm schon. Gold baby. Gold. Okay. Unser nächster Gegner ein Jamie. Komm schon. Lass mich durchwerfen baby. Let's go. Wut. 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 Die könnte ich gut knacken. Let's go, let's go, come on. Ich hab nicht Level 5 zum Wurf, aber... Ah, macht er einfach Wake Up. Und Schuss! Sehr schön. Gib mir Punkte, Baby. Okay, der gibt mir keine Punkte, aber dafür hab ich noch nen Sieg. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Gegner. Oh shit, ne Juri. Bad Matchup. Ich kenn meine Juri. Dann kriegt er mich? Okay, dann machen wir mal schauen. Ja, ja. Ja. Ja, macht sehr viel Diss. Ja, okay, gut. Ich komm da sehr schlecht dran, deswegen. Ich muss die ein bisschen ja auskantern. Ich kann sich viel besser bewegen. Ja. 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 Der kann viel besser spielen, aber er tut's nicht. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Oh, das hat er erwartet. Ah, der ist mir nur blöd ausgewichen. Oh, shit. Hey, das muss ich besser. Oh, shit. Oh, shit. Yes, I'm in the game. Come on. Okay, mach die Standard-Power. Mein Problem ist, die Pokes von Yugi, die sind böse. Oh, shit. Oh, shit. Ah, das ist mein Schaden, baby. gegen eine judy gewonnen meine fesse okay leute das könnte schon fast gewesen sein aber wir wollen ja noch nicht hier feiern okay dann sehen wir uns beim nächsten fall okay unser nächster gegner ist der käme wenn wir den kampf gewinnen sind wir gold sehr nah eine farbe die mir gefällt aber die hautfarbe ja 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 Ich hätte greifen können, wollte es aber nicht riskieren. Oh, fuck. Okay, hier habe ich verloren durch schlechte Planung. Nein, 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 nein. Scheiße, das hätte ich abwarten können. 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 Oh, das war blöd. So, jetzt wird es wieder schwieriger. Klau mir Punkte, Cabby. Baby. Oh ja, nur da gewesen, um mir Punkte zu klauen. War eigentlich wahrscheinlich zu viel. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Okay. Wieder Bad Matchup. Yuri. Aha. Wieder ein Challenger. Mal gucken, wie viel er sich um zu viel beschäftigt hat. Sehr schön. Okay, wieder die Combo. Sehr straight Torbott. Das ist nur mein Problem. Er spielt nicht sonderlich, äh, anders. Also besonders. Weißt du, der, 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 der ist nur ständig dieselbe Combo-Mach. Mein Problem ist einfach, die Bewegung und die Pokes von Yuri sind einsam. Und das ist, das ist jetzt mein Storblasher. Und das ist, was Gerwig zum Beispiel ist der, der Erw своим Geowen. Ja, ich bin der, 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 der... Scheiße, gerade dann den Nutzer Pinwheel. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Yes, we are in the game with level 5, let's go Ja, ich konnt nix mehr machen, ich konnt nix, da, da kam ich nicht ran Das ist, äh, Simple Judy spielen, da kann ich nix machen Das ist Bad Matchup at its best, weil die Pokes, die greifen so früh, die Kombos sind krass, das halt einfach machen wir nicht Ah, ich dachte zumindest einmal, naja, okay, wer sagte, dass es zu Gold einfach wird Wir sehen uns beim nächsten Fall Ah, okay, yo, bio Kommt schon Wieso? Ja, klar Kommt schon Zu wenig Energie, egal was du machst Fast Ah, jetzt kommt die Eilkacke Jumpen bis zum geht nicht mehr, alter Immer derselbe Kram Mann Boah Das ist kacke Ich fass es nicht Ich fass es nicht Mann Das ist doch unfassbar Vierer Mann Pattern Drieh Philipp Das ist doch gut Wie geht? Du hast es nicht Es gibt Ja, klar! Er macht selber die Scheiße. Das ist nicht wahr! Mann! Mann! Das ist doch nicht wahr! Ja, den habe ich aber ordentlich jetzt gemacht. Das ist doch kein Erster 알zt. Das ist doch nicht wahr! Wie ist es möglich? Ja! Das ist doch nicht wahr! Er ist ja auch nicht wahr! Vielleicht gibt es eigentliche Erster könnte! Oh, bin ich blöd. Er hat gewonnen durch die Eile. Mann. Gott. Den hätte ich in der Tasche, aber... Ey, ich verhalte mich bei New Pajams einfach noch zu... Äh, das ist einfach... Trau dich ist das. Egal. Weiter. Oh, Mann. Okay. Oh, Mann. Wieder Bad Matchup. Ja, mich heute sehr gern, wa? Gold. Ey. Ja, das wird ein Spaß. Ja, er hat. Ja, das wird ein wenigst Ja, das ist einfach noch zu. Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Ja, ich glaube, ich habe Ihnen Zeitgejungen hier hervorrund. Ich habe einen Kursen mit der Wiese und die Wiese und die Wiese und die Wiese. Tschüss. Also den habe ich zerstört. Komm schon. Ja, der ist jetzt sauer. Komm schon. Komm schon. Und damit hat er nicht gerechnet. Okay. Das war schnell. So soll das eigentlich auch sein. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Kimberly. Oh, nicht ganz einfach, der Shit. Entschuldigung. Aber wollen wir mal. Oh, nicht ganz einfach. Oh, nicht ganz einfach. No way. Aber ich habe nur ein bisschen. Das war's für heute. Okay, den hab ich auch relativ gut im Griff. Erstmal Schaden reindrücken. Tschüss. Okay, Leute, das könnte was werden. Okay, let's go. Walk number one. Das war's für heute. Ja, sie muss viel laufen. Das ist ja das Problem. Level 3 als Counter ist keine schlechte Idee. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann geben wir noch eine Zugabe. Aber nur dieses eine Mal. Ob das was wird, schauen wir mal. Okay, ein Ryu. Hm, keine so gute Idee. Ah, 7er Siegeserie. Ah, das ist alles so, äh, nicht so gut. Okay, okay, let's go. Das war's für heute. Oh, okay. Okay. Ah, das war's für heute. 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 Das trifft nicht. Schade. Weg mit dir, Baby! Okay. Haben wir es geschafft, die Zugabe. Meine Fresse. Okay, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft, mit Manon Gold zu werden. Meine Güte, was war das für eine Reise? Okay, dann würde ich sagen, das wäre es. Erstmal mit Street Fighter 6 Online-Rang-Matches. Mal gucken, ob ich mit Kemi zurückkomme oder nicht. Ob ich dann weiter mit Yuri mache. Mal gucken, was im Street Fighter noch passiert. Ich werde erstmal jetzt eine Pause einlegen, was Street Fighter Content hier erstmal angeht. Klar, es können noch ein paar Fight Nights kommen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, wir haben es geschafft. Meine Fresse. Vielen Dank, dass ihr mit mir diesen Street gemacht habt. Boah, das war jetzt aber gerade noch, äh, das war sehr siegreich. Wir haben einen 7er-Siegesseh, die hier kaputt gemacht. Sehr schön. Meine Güte. Ähm, wir haben uns auch ein bisschen, ja, darauf gezählt, was wir hier können. Ich könnte vielleicht ein bisschen höher mit Manon sein, aber Gold höher als Gold 1 sehe ich mich erstmal nicht. Daher werde ich eine Pause einlegen, ob ich mit Judy zurückkomme oder tatsächlich mit Kemi nochmal durchstarte, da ich sie ja hier auch im Info habe, weil ich sie sehr gerne mag. Wir können ja mal gucken. Ich würde mal sagen, den Spaß erlauben wir uns mal irgendwann. Aber erstmal Pause hier mit Street Fighter 6. Vielleicht kommen noch ein paar Fight Nights oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin da noch ein bisschen im Plan. Aber auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter 6 oder gar Fighting Stage dann ringelt doch dann die Glocke damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kelle und das ist Game Stage 5. Und ich verabschiede mich erstmal von der Straße. Bye bye!